Sind Conny und Manu Reimann noch so glücklich wie vor 20 Jahren? Interessantes Beziehungsdetail lässt die Antwort erahnen. Seit fast genau 20 Jahren sind Manuela und Conny Reimann bereits verheiratet. Was viele aber nicht wissen, Conny ist Manus zweiter Ehemann, denn vorher hatte die 54-Jährige schon einmal ja gesagt. 1988 war sie mit einem US-Amerikaner, dem leiblichen Vater von Jason und Janina Reimann, den Bund der Ehe eingegangen, und hatte auch dessen Nachnamen, Bradley, angenommen. Manu und Conny Reimann seit über 20 Jahren ein Paar, und verliebt wie am ersten Tag. Nach der Scheidung von ihrem ersten Mann trat sie dann mit Kult-Auswanderer Conny Reimann in Las Vegas vor den Traualtar, nachdem sie im Zuge des Diversity-Immigrant-Visa-Programm, des US-Außenministeriums, eine Green Card gewonnen hatte. Rund ein Jahr später wanderte das Power Couple gemeinsam mit Janina und Jason in die USA aus. Nach einer langen Zwischenstation in Gainesville in Texas, leben Manu und Conny heute in Hawaii. Wie glücklich die beiden auch heute noch miteinander sind, beweisen sie immer wieder vor den Kameras. Nachdem die Familie zunächst von, extra, das RTL-Magazin, und, goodbye Deutschland, begleitet wurden, und zwischen 2013 und 2021, auf RTL 2 mit ihrer Dokusub, die Reimanns, ein außergewöhnliches Leben begleitet wurden, läuft ihre Sendung seit Januar 2022, unter dem Titel, Willkommen bei den Reimanns, auf Kabel 1. Derzeit gibt es keine neuen, Reimanns, Folgen, doch auf Social Media bringen Manu und Janina Reimann ihre Follower. Innen stets auf den neuesten Stand. Manuela Reimann enthüllt ihr Liebeslied mit Conny. Dort meldete sich Manuela Reimann am Mittwoch mit einem besonders romantischen Update. In ihrer Insta-Story verriet sie nämlich ein romantisches Detail aus ihrer Beziehung mit Conny. Unser Lied, schrieb sie und versah den Beitrag mit einem Herz. Zu hören war, With or Without You, der irischen Rockband U2. Man kann sich lebhaft vorstellen, wie das Kult-Duo den Hit gemeinsam schmettert und sich dabei in den Armen liegt. Dass Conny und Manu Reimann nach zwei Jahrzehnten Beziehung noch so verliebt und glücklich sind, zaubert Fans regelmäßig ein Lächeln aufs Gesicht.